Guck mal, der schleppt da gerade einen ab. Der schleppt ein Auto ab. Ach was, wo? Der schleppt MEIN Auto ab. Bei mir nicht. Das ist mein Fahrzeug, wie geil ist das denn bitte? Ach krass, hat er der gebracht oder was? Wie geil ist dieser Scheiß? Naja, bisschen demoliert, aber sonst... Der hat sich jetzt hier beim VW-Bus ans Steuer gesetzt. Alter, jetzt hängt der Currywurst da drin. Alter! Oh geil, der Nächste wurde vom Millie erschlagen. Currywurst erledigt, warum hab ich den Currywurst erledigt? Was ist da passiert gerade? Da ist ein Heli auf dich drauf gefallen. Was hast du denn da gemacht? Ich war halt nicht auf so einem Felsen... Achtung, Achtung, Eric, Ameise von hinten. Achtung, Ameise von hinten. Ja, also... Alter, das gibt's doch gar nicht, der Wichser! Ne, ne, die Mikro-Uzi, wo ist der Pferd? Ey, das kann doch nicht sein, ey, der Typ der kotzt mich so an. Wer ist denn, wer ist das denn? Der perfekte Waldförster-Ficker, ey! Boah! Irgendwürdig, oder was jetzt? Boah, ne, dieser Ameisen-Hurensohn. Ich wollt's schon immer mal sagen, so, jetzt hab ich's gesagt. Ey, der arme Ameisen, Alter, der hat doch nicht Spaß. Ne, Alter, der ist nicht arm, der ist ein Spastiker. Wo bist du? Wo ist der Ameisen? Boah, spring drauf! Der ist beidseitig Gehirn gelebt. Wo ist der denn? Wo ist der denn? Warte mal, warte mal. Der schleicht sich immer von hinten an, wie so eine kleine Crack-Hure. Das ist ein Traum, Alter. Ey! Der fühlt sich aufrecht, ey! Ich mag den nicht! Oh, einer fehlt noch! So, ich muss... Ach guck mal, der Sagazer sitzt bei uns hinten im Wagen drin, auch geil! Da die Küche ist schon am Bodeln. Ähm, warum mein ich nur noch denn? Warum hab ich jetzt einen Stern? Ja, das frag ich mich auch gerade. Weil du der Scherb bist! Weil der Wagen vor fünf Folgen geklaut wurde. So. Wagen ist vor allem gut. Ähm, das geht ziemlich schnell hier hoch gerade. Das ist unfassbar. Wenn wir morgen... Ich häng ja an der Straße rum irgendwo. Ich komme, ich komme. Ich komme. Ich habe jetzt zwei Polizeisterne. Ich weiß nicht, ob ich hier hochkomme. Warte, was soll ich schieben? Ey, ich werde getroffen gerade. Wo ist denn die Ameise wieder? Warte mal. Der schiebt tatsächlich. Der Sargent schiebt uns hier hoch. Ist das geil, ey. Die Ameise, Alter. Ich bin tot. Ja, Alter. Ich hab's euch gesagt. Ich hab's euch gesagt. Oh, no. Oh. Wo ist denn die A... Alter, kapisslichte Bulle. Bei dem Wohnwagen, wo wir gerade waren. Turbinator ist gestorben. Ey, ich... Vor allem, wie kann ich den markieren mal? Ey, so einen Einzeltypen auszumachen ist ja echt schwierig. Hallo. Den musst du einfach... Den musst du... Den musst du, äh... Nimmst du mich mit? Wie kann ich... Wie geil... Wie geil der weggenatzt wurde, ey. Wie geil das aussah. Boah, das ist doch voll gemein. Welche Markierungen hatten der jetzt? Ne, ist überhaupt nicht gemein, Alter. Ganz ehrlich, der Typ ist einfach ne Seuche. Blau ist ja da. Das hat deine Mutter... Das hat deine Mutter mir auch schon bestätigt. Wie heißt die denn? Ey, soll ich den mal schnell in unsere Gilde einladen? Waltraut. Ist wieder an... Äh, ist wieder aus. Ja, bei mir auch. Ich glaub, wenn der stirbt, ist das immer deaktiviert, dann glaub ich. Hä, das ist doch beschissen. Ne, glaub ich nicht. Ne, Tobi, du bist ja auch immer angezeigt. Ja, aber wir Freunde sind... Das muss doch möglich sein, Das muss doch möglich sein, jemanden so lange wegzukillen, bis der GTA Online aufhört. Das ist doch einfach ein gutes Recht. Alter, irgendwie werde ich angegriffen, ich weiß nicht von wem. Was? Meine aktuelle Waffe hat kaum noch Munition. Ich konnte es ins Essen. Tobi, komm mal hier rein. Wo denn? Ich weiß nicht, wo du bist. In den Weißen, in den Weißen. Hier, neben dir. Alter. Alter, Ameisen, woher kam der? Ja, Alter, der Typ ist so ein Sneaker-Wichser. Ey, ich wusste nicht. Wo seid ihr denn bitte? Ah gut, ey, der hat auch noch ein Gut, muss ich sagen. Wie ein Gut? Der hat gar nichts mehr Gut. Also... Im Leben. Ich hab ihn dreimal gekillt, nämlich zweimal. Der schleicht sich aber immer so an. Wieso steht der Typ da auf der Straße? Ja, der hat irgendeine Sniper oder was auch immer. Eine gute Wumme auf jeden Fall. Ich hab eigentlich auch ne nette Wumme, aber leider kaum noch Munition dafür. Dungs, wo seid ihr denn wieder unterwegs? Ich wollte euch abholen. Da, wo du nicht bist. Bitte was? Bitte was? Schallhart! Nee, Spaß. Ist okay? Serenzo, ist okay? Alter, träg dich mal ab, ja? Nee, wenn du Krieg kommen willst, komm her! Alter, du kleiner Ficker! Du bist voll der Kackbohnen, ja? Ja! Du bist voll die Ameise! Geh nach Hause! Ja, geh nach Hause! Ja, geh nach Hause! Oh Mann! Ey, ich komm hier nicht mehr weg. Wir sind auf der Flucht! Jetzt steig doch einfach ein, Mann! Jetzt sind wir drin! Okay! Fahr! Gib Gas, Tobi! Mach doch was! Ich bin tot! Ich bin tot! Walle wurde erschossen! Tobi auch! Alter, wir sitzen hier noch im Wagen! Wer fährt eigentlich? Ich weiß jetzt nicht! Tobi! Du bist doch gefahren! Tobi ist tot! Wir müssen laufen, laufen! Ich fahr! Ich fahr! Renn um dein Leben, Alter! Renn um dein Leben! Ich fahr! Renn um dein Leben! Ich bin bei euch! Und er rennt in den Wald rein! Ich will aber nicht mit euch in Verbindung gesetzt werden! Nee, da ist Currywurst! Er versteckt sich! Ich muss weiterlaufen! Wow, Heideltraut! Vorsicht! Ach komm, wir springen einfach wieder rein! Er rennt einfach draußen! Kommt rein, Jungs! Kommt rein hier! Okay, ich bin drin! Ähm, ob das so gut ist? 616, Alter! Steig ein! Was machst du denn da? Alter, ich komm nicht rein! Jetzt bist du drin! Okay! Ist der Tobi auch drin? Tobi, schnell! Hey, Tobi! Ich kann da nicht einsteigen! Ich komm da nicht rein! Versuch mal! Die Tür, Alter! Du willst nicht aufkriegen! Fahr! Jetzt fahr zu! Ich versuch es! Fahr zurück, Alter! Zurück! Ich bin gleich tot! Ich bin gleich tot! Ich bin gleich tot! Wir packens, Leute! Wir packens, keine Sorge! Alter, wir haben so Hilfe bekommen von den lieben Freunden, die mit uns unterwegs sind. Alter! Wo fährst du denn? Wohin? Guck mal, er füllt ein! Wir haben so Hilfe bekommen! Wir haben so Hilfe bekommen! Erstmal in den Selbstmord fahren! Der Polizist! Okay, das klappt ja super! Jetzt aber! Komm! Jetzt! Ich hab ne Idee! Bleib mal alle easy hier! Alle drinbleiben! Du willst in den Tunnel fahren, wo der Zug gleich kommt? Da ist der Zug übrigens schon! Fahr jetzt! Fahr jetzt! Jetzt auf dein Zug springt! Genau! Wir flüchten auf dem Zug mit dem Auto! Boah wie geil! Das ist die beste Idee! Okay, warte! Was kann man theoretisch machen, wenn man da von der Waffe springt? Alter! Oh oh! Oh mein Gott! Das wird so schief gehen! Das wird so mega schief gehen! Alter, das wird so schief gehen! Vor allem steht euer Auto Oma beschissen! Oh mein Gott! Geh zur Seite! Currywurst! Tu es nicht! Ein Traum! Die Perspektive ist ein Traum! Oh oh! Oh oh! Yeah! Yeah! Oh nein! Scheiße! Scheiße! Geil! Hey Currywurst! Ich bin vor dem anderen Auto mitgerissen worden! Das hat mein Auto umgenockt! Geil! Keiner ist auf den Zug gekommen! Verfickt am Scheißdreck! Verfickt am Scheißdreck! Ich kenne aus! Diese fackackten Wichsfehler! Ja! Krich Rosettenbluten! Ey da ist ein Motocross! Oder was ist das? Ne im Falle war das! Ah die Schnauze! Was? Deine Frise du! Du scheißverschicktes Schwein! Du wolltest Fickfehler sagen! Ich kenn nicht so gut! Ja Fickfehler hast du behindert eigentlich! Wer schießt jetzt auf mich? Ameisen ey! Bist du weggeballert worden! Schon wieder Ameisen! Ich proba grad von Fickfehler zu sprechen! Ja echt ey! Seid ey! Dessen Mutter ganz ehrlich! Der kam doch hinten raus! Ich knüpfe uns jetzt nochmal vor zum Abschluss der Freunde! Ameisen! Guck mal hier die gehen wandern hier! Wo ist der? Es ist echt eine Last mit dem Typen! Das ist echt eine Last! Ich krieg echt schlechte Laune langsam! Warum? Ist doch witzig! Ach zum sechsten Mal von dem Wichser getötet! Ich bring den jetzt um für dich mitunter! Wieso krieg ich den nicht? Und wenn ich den markiere... Der markiert den Scheiß! Das klappt überhaupt nicht! Ich hab genau nen Blutfleck an meinem Arsch! Das Problem ist ich seh den immer nicht! Und der versteckt sich immer irgendwo hinten! Boah! Was für ein krasser Abgang! Wie die kleine Schwuchtel die er ist! Entschuldigung das war jetzt nicht auf die Schwulen gelöst! Jetzt reizt aber langsam Alter! Nein ich hasse den nur! Man darf ja auch mal jemanden hassen! Das sind Emotionen pur hier! Ich weiß gar nicht wo der ist immer! Ich seh den auch nicht! Ich such ihn die ganze Zeit! Boah Alter! Ich fress mein Bart! Ey das gibt's nicht! Das gibt's einfach nicht! Und der zielt nicht auf den! Alter ich hab nicht verfehlt! Das kann doch wohl nicht wahr sein Alter! Ich krieg gleich ne Fehlgeburt! Ich wollte grad mal unbiken! Ich glaub bevor der Gronkh ne Fehlgeburt kriegt machen wir mal nen kleinen Abschied hier! Für diese Episode! Oder? Genau! In der nächsten Folge geht's dann ab nach Los Santos zurück! Vielleicht holt uns da hier die Menschen ab hier! Wer's glaubt wird selig! Ne ich glaub's auch nicht! Ich hab jetzt noch mal das Fahrrad geschnappt! Ja! Alter ich brauch! Ich brauch! Ach! Und dahinten ist wieder Ameisen der sich von hinten ranschleicht und mich natürlich wieder erschießt! Oh! Nein! Das ist doch ein super Abschluss der Folge! Es ist zum Kotzen Alter! Ey ich hör gleich auf mit dem Let's Play! Der Wichser nervt mich so ab! Doch ey ganz ehrlich! Der Wichser nervt mich einfach ab! Wenn der neben mir sitzen würde Alter! Ich würd dem so ins Gesicht treten gerade! Boah! Spiele machen nicht aggro! Alter das ist ein Traum! Das wird die lustigste Folge! Ey ganz ehrlich! Ich krieg da den Typen! Ich hab ihn getötet Freunde! Ich hab ihn getötet! Das bringt doch nix! Der ist doch gleich wieder da! Wie so ein Pickel am Arsch! Bitte ey! Bitte jemand auf YouTube schneide diese Rache-Szenen bitte einmal zusammen! Bitte! Wer läuft denn da gerade in die Berge eigentlich? Ey ich mach noch ein bisschen Downhill-Action wenn ihr nicht die Folge beenden wollt! Wieso hast du Currywurst erledigt Tobi? Ich dachte das wäre die Ameise! Ich bin da gegen Cop-Auto gefahren! Ne die Ameise hat immer so ne braune Kackjacke an! Ja das hatte er aber auch gerade! Der ist da hinten! Wo ist der denn? Jetzt lauft doch den Scheiß! Wollte doch eigentlich nur ein bisschen Downhill fahren! Ich hab schon mal den ersten Wehen! Alter Ameisen! Das reicht mir! Wir verabschieden uns für diese Episode! Und ich wünsch euch noch einen super schönen Tag! Fick dich ey! Fick dich! Ach nein! Ja! Ja liebe Freunde das war eine leicht gereizte Episode von Let's Play GTA Online! Ein trotzdem ziemlich lustig! Alter sorry aber ganz ehrlich so macht es einfach keinen Bock mehr! Es macht einfach keinen Bock! Verlieren ist die eine Sache aber dauernd nur gekillt zu werden den Typen nicht zu sehen! Weil der einfach alle umbringen kann und dann aus dem Hinterhalt agiert! Das ist einfach super ätzend! Ja das müssen wir... Vielleicht machen wir nächstes Mal wieder eine Crew Session! Es schenkt dir aber nix! Wir schenkt dir den Arm also zu Weihnachten! Wir brauchen ne bessere Waffe! Super aber wir können nicht alles vollquatschen! Wir verabschieden uns und sehen uns nächste Episode wieder! Ciao! Leck mich fett einfach! Leck mich fett! Wichser Ilna!